Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 5 Multiplayer-Ausgabe. Cops vs. Racer steht an. Heute, man könnte schon was sagen, in der E-Sport Edition. Was ich damit meine, sage ich gleich. Erstmal die Begrüßung in die Runde mit dabei. Heute haben wir Andi, AssetBurn, Blutokaskade, Lucas370Z, Beta-Effekt, Mr. Elwinko, nur 24 Stunden Racer, Filmexperte und Sturmgolf. Grüß euch. Hallo. Hallöchen. Hallihallo. Ja, man erinnert sich zurück, es gab ja schon mal eine Ausgabe, wo die, ja, Ghost-Community, die PXH-Ghost-Community quasi uns herausgefordert hat und hat gesagt, hey, wir wollen als Team antreten und euch zeigen, wie wir als Team zusammen agieren können. Das war auch ein sehr eindeutiges Ergebnis. Also das haben die schon, also Teamleistung war auf jeden Fall da. Ich verrate jetzt nichts für diejenigen, die vielleicht die Folge nicht gesehen haben. Auf jeden Fall gibt's ja aber auch noch weitere PXH-Communities und zwar die, ja, Competition-Gruppe gibt's auch noch und die, oder besser gesagt, die Kompetitionen nennen sie sich, aber das ist ja quasi übersetzt Competition. Und ja, da steckt ja schon im Namen, wie ernst sie das Ganze meinen und die möchten heute auch als Team antreten. Da, das nochmal namentlich zu nennen, das ist hier Acidburn, Pluto, Lucas 370Z, Vince und nur 24-Stunden-Racer. Und genau die fünf Herrschaften treten hier in der ersten Runde als Racer an. Das sind hier die Vehikel, die sie fahren. Einmal, um das auch ganz kurz durchzugehen, ein Lamborghini Miura mit dabei, dann Fairlady Z bzw. Nissan 370Z, dann ein BMW Z4, dann ein, ja, AMG C63 und einen sehr, sehr wundervoll tollen, designten und sehr hochgelegten X5. Also toll designt, jetzt, ja, Geschmäcker sind verschieden. Sagen wir's einfach mal so. Wunderbar. Auf jeden Fall, das sind die Kontrahenten und ich würde sagen, wir verlieren keine weitere Zeit und let's go! Drei, zwei, eins, Feuer! So, dann mal gucken, was du hinbekommen hast. so, fünf wären schön. Also, bei uns fünf. Jetzt. Ja, ja. Okay, ich fahr den Bogen. Dann nehmen wir uns erstmal massiv. Also, bitte. Und, setzlich, halt bitte immer mal wieder Ansagen machen, wenn ihr eine Verfolgung habt, wo ihr seid, und auch wenn ihr raus seid, wo das dann war. Und, ja. Glaubt ihr, ich kann mich im Verkehrthahneln? Äh, ne, nicht mit der Lacki oben. Nur, als du bist seit unserer Safety-Door halt. Willst du dich hinter einem Raptor verstecken, oder was? Ah, X5 fährt ja rum. So, äh, es geht los, minus fünf Sekunden. Perfekt. Der liegt in den Untergrund. Äh, das ist Riss, ja, gut. Ich sehe da so ein M5 vor mir. Äh, X5M, sorry. Oh, ein paar Sekunden sind dann vielleicht die ersten Mal im Norden in der Stadt. Oder ich fahr halt fast in den Jeep rein, Alter, der Verkehr schon wieder. Krass, selber töten wäre jetzt halt suboptimal. Ich fahr jetzt erstmal ins Obligatorische U. Das Obligatorische U. Oh, ich hätte gleich so richtig ließen. Ich war mir schon mal vor. Jetzt einen Respawn-Punkt, vielleicht auch mal gucken, bevor er sich gesundheitlend hat. Wenn sich wieder ein Cop zerlegt irgendwie, nicht, dass er sich direkt repariert und dann... Ja, ja. Also ich riskiere es zwar gerade schon wieder, in dem Moment, wo ich suck, aber... Na, jetzt sollte sich noch keinen Cop zerlegt haben. Ach so, am Anfang gerade runterfliegen. Ray, Andy, vielleicht muss er bei uns schon hinbekommen. Ja, wir haben ja auch schon zu einem Spinaler gebracht. Oder zu einer Drehrolle, letzte Aufnahme, da, wo ich dabei war. Ich wag mich mal in den Untergrund. Ja, ich bin da auch gerade, nicht wundern. Ja, so dann. Wir ins Rechts fahren, bitte, ja. Sie haben mich gefunden. Ah, ich hab kurz... Alter, Alter. Bitte nicht so anfangen, so. Also, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber... Also... Oh, ich schreck mich doch nicht so. Ja, ich fahre im Baseball-Stadion dazu vorbei, gerade. Ja, wo bist du? Ähm, gerade beim Baseball-Stadion. Äh, ja, super. Ja, so viel zu ansagen. War da hinten im Osten vorbei. Ja, die haben mich dann in der Nähe direkt gefunden. Sorry. Wie fährst du weiter? Ähm, aus östlicher Straße bis ungefähr zur Hauptstraße, die mal voll durchheizen. Oh, shit. Sie haben ja bisher nur eine Seite... Sie haben mich bisher nur an der Seite getroffen, heißt, Power fahre ich noch nicht. Hab sie mehr oder weniger. Demnächst schon wieder los. Mittlerweile Zeit am Sagen. Also, ich fahre die Hauptstraße einmal voll durch. Ja, mich. Nicht festgesetzt. Ja, Luca. Pass. Ey, da sind zwei um die Ecke gekommen und einer hat mich direkt getrieben. So. Sorry. Wo, wo, wo? Äh, Nähe Universitat. Ja, toll. Dann fahre ich nördlichste Straße. Nein. Ja, okay, ich fahre parallel zur nördlichsten. Das war jetzt dumm. Scheiße. Ja, ich hab das wieder auch wieder ein Fail bei uns, wenn wir so schon anfangen. Äh, ich hab meine los. Ja, bei Lukas war es halt blödes Pech, glaube ich halt. Da war es mir auch schon letztes, ist mir beim Mindestand ja auch so passiert. Ja. So was kann man nix machen. Wenn du halt, du kannst, du hast halt wirklich hier, gibt es wirklich so blöde Stellen und vor allem, wenn du halt hier einen Heckantrieb oder so hast, bist du halt gearrscht. Ja, das war jetzt direkt einfach, das ist jetzt blöd gelaufen gewesen. Egal. 3 Minuten 20 drin, der eine wurde schon verfolgt, der eine ist festgesetzt. Ja, klar, ich hab sie los. Unschuldig. Mama, ich war's nicht. Ich bin gerade im Untergrund unterwegs, aber... Hab ein bisschen Reifenschaden, aber... Ich hab mal geghostet. Irgendwann random, okay. Moin. Ah, hi Chris. Beim Stadion ist gerade keiner. Mal kurz sagen. Irgendwer ballert hier durch die Mitte mit Zeichen. Ich glaub, das ist Lukas, den ich die ganze Zeit hör. Was ist jetzt die Öffentlichste? Nee. Oh Gott. Dann war's nicht Lukas. Gerade am Spawnpunkt, eher eine schlechte Idee. Die Festnahme jetzt gerade von mir war natürlich nur Taktik. Die sollen sich nur erstmal gut fühlen und jetzt wird natürlich keiner mehr von uns festgesetzt. Ja, ja. Also 5 Minuten sind jetzt rum. Ihr wisst, was für ein Klepp ich bin mit einem AMG. Okay, also ich hab mir halt eher eher wieder ins eigene Fleisch geschnitten. Lift and Coast, meine Freunde. Lift and Coast. Das ist dein Auto, was ich die ganze Zeit hörte. Nee, ich fahr. Ganz niedrig durch die Regal. Wuuuuh, egal, am Stadion. Ich fahr hier weg. Ach toll. Wo? Äh, östlich oder westlich davon? Äh, kann ich grad nicht sagen. Diesen, äh, äh, ich hab nicht bloß gemacht, dass ich aus dem Staub gucke. Am besten jetzt keine. Ich hab ihn aber, glaub ich, gleich abgehängt. Also. Also bei mir regnet's jetzt. Ja, bei mir auch. Ja, egal, ich hab nur so Amy Slicks drauf. Den Fehler mit den Full Slicks. Hab ich nicht gemacht. Ich verspricht schon 20 Reifen. Eieiei. Ja, ist auch sehr. Hi. Hi Vince. Grüß dich. Oh! Ich fahr um die Ecke und hab sofort zwei Impala hinter mir. Äh, jetzt sowas bei mir. Ich fahr Richtung Osten. Auf der Hauptstraße. Ja, noch irgendwas. Vorbeifliegen. Boah, das schüttet richtig. Ich hab das Verdeck offen. Ganz tolle Sache. Man muss nur schnell genug fahren, dann passiert nichts. Gut für deine Friese. Das ist super für einen Reifenschaden. Ähm. Man hat kaum Reifen verbraucht, wenn's... ist... Ich weiß nicht, wie der euch das betrifft. Aber ich bin bei der Weißenschaden. Nein. Ja, ich fahr bis die wirklichste Straße dann. Dann zieh ich mich ein bisschen da. Von bis? Oder von zu manig? Äh, von dieser Querstraße, die runterführt. Oh Gott. Also an der Haarnadelhöhe bin ich hier. Ja, da bin ich jetzt gerade auch. Buh! Ja, genau, das war jetzt aber schon wieder so eine Bezweckscheiße. Also bin es oder hast du Reifenschaden? Hier wäre nur ein bisschen Gas, aber ich will jetzt nicht... Ja, jetzt halt schon, aber... Chris, wie schaut's? Ja, schlecht, fahr jetzt gerade in den nördlichsten Tunneln. Hör mal, ja, mein Ablenkungsmöver stand oder so. Ihr hättet mich jetzt fast gehabt, aber ich muss mich jetzt echt konzentrieren, dass ich rauskomme. Aber ich hatte schon wieder so ein Netzwerk, ey. Ich wurde komplett zurückgebounced, weil mir einer einen Käfer in die Fresse geschoben hat. Au. Ja, Chris, du musst jetzt aufpassen, falls jemand... Äh, ich bin am... Wow, am Brunnen. Ich fahre oblikatorisches Uhr. Ah, dann hab ich da gerade die Fresse rumgesehen. Ah, ne, fahr ich nicht. Oh, doch, fahr ich doch. Ja, okay, jetzt haben sie mich. Hast du nur eine Minute ist Mittagspause? Kaffee? Ja, hab ich leider nicht geschafft, weil... Weil... Aber zwei bisher ist mal akzeptabel. Äh, gib uns aber ein bisschen frühzeitig dann nochmal Bescheid wegen Ende mit der... Äh, Kaffeepause, dass wir da dann nochmal drei, vier gehen. Ja, das ist wie gesagt, halbe Minute ist auf den Start. Und dann sind wir dann mal fünf Minuten. Oh, oh Gott. Guck mal nach hinten. Ich habe wieder wach. Ah, ich bin ein langsames Tuf Tuf. Ich bin im Taxi. Oh, habe ich in W. Du lagst bei mir? Hm? Welcher BMW? Ja, ach so, sorry. Äh, ja, du. Ungünstige Netzwerkbedingungen habe ich gerade. Ah, ich glaube wir haben Serverprobleme, oder? Mein Gebu ist gerade auch am Abkratzen. Das ist wieder weg. Alter, was haben wir jetzt hier für komisches Licht auf einmal, Leute? Also, Kaffeepause seit fünf Sekunden, ne? Also noch fünf Minuten. Ich würde es möglichst spät machen. Ja, ja. Außer ihr habt jetzt halt irgendwie... Im Moment liegt noch alles gut aus. Raum, ich meine den Untergrund. Könnte mein Untergang sein. Ja, der Untergrund kann, muss aber nicht. Ja, 30 Prozent Reifen. Ich bin noch gut dabei. So, noch vier Minuten. Ja, 27 Reifen, also das geht schon noch. Der Ring hat jetzt echt geholfen. Ja, vorne 30, hinten 27. Ich habe den Kopf durchgeballert, aber arschschnell. Wo? Wo? Äh, die Speerstraße Süden. Ah, hello. Ja, südlichste, oder? Speerstraße nach Süden. Achso, Mann. Ja, sorry. Ich will jetzt nicht am Scharfen vorbeifahren. Machen wir langsam. Oh, das gibt es doch nicht. Aber ich hämmer mal... Ich werde umdrehen müssen. Ich habe die nächsten Kurse. Wo? Äh... Oh, Mann, ich weiß nicht. Ich bin heute meistgesuchter, anscheinend. Ich fahre gerade Richtung Stadion. Ja, toll, doch. War von... Warte mal, wie nennt man das? Der äußere Bereich vom Stadion. Die große Kurve, die aufs Stadion zugeht. Auf den Spawnpunkt zugeht. Ja, fahr du einfach und guck, was du dann callen kannst. Fuck, Mann, hier darf ich nicht hin. Doch, warte mal, ich darf mich ja reparieren. Wie lange haben wir denn noch? Ja, zweieinhalb. Alter, was macht denn hier? Und, dann darf ich mich gerade übergehen. Was heißt denn der Huch? Äh... Wo reparierst du dich? Boah, äh, es durch ein Stadion. Ist das so eine Straße. Das ist besser. Was? Hast du noch zwei Minuten? Die sagen gerade, die haben mich festgesetzt. Darf ich mich ja nicht reparieren, oder was? Okay. Ähm, Z4, da ist kein Reparaturort, das wird als Festnahme gewertet damit. Okay, Entschuldigung, das tut mir leid. Da ist keine Reparaturort. Ah, fuck, stimmt nicht richtig, ich hab nicht vertragen, es tut mir leid. Hast du noch mal klar? Oh nein! Er verrückt mich hier einfach auch mal. Was? Ja, wo seid ihr? Oh no! Ja, sehr gut. Ähm, die Schwerstraße ganz am Süden. Ja, äh... Ja. Wo fährst du, lang? Nimm du den mal mit. Äh, ich fahr ins Obligatorische U, die nehmen aber, glaub ich, ihr... Dich nehm ich mit. Ja, da ist uns wieder ein bisschen besser geworden, weil wir haben jetzt gleich noch eine Minute füllen Frampe. Äh, ja, ich fahr obligatorisches U mit den zwei Cops. Fähig hier ab. Ich wär jetzt grad südlich gefahren, da hinterher, Lukas. Ach so 55 Sekunden ist noch. Ja, ich hab jetzt gerade... Okay, mich hatten sie damit dann zweimal bis jetzt. Das heisst, die haben drei Festnahmen, oder? Und wir haben noch 10 Minuten. Äh, hi, Luca! Äh, ich fahr jetzt übrigens Bahnhofstraße. Ja, da hab ich grad... Also 55 Sekunden. Weiß ich. Und ich wende, ich fahr wieder Richtung U. So, letzten 15 Sekunden. Äh, um 3, 2, 1, let's go. Äh, um 3, 2, 1, let's go. Ah, das gibt's doch nicht. Ich hab sie dir gegeben. Ja, volles Produkt, ey. Er kommt rein und zieht mir gleich in die Front rein. Wie viel Schaden hab ich jetzt, muss gucken. Das ist 41% Motorschaden. Ja, dann sag noch mal bitte ein bisschen besser an. Äh, ja, ich bin grad im Park unten. Park, Park. Und, äh, äh, ich probiere nur noch Zeit von Logo zu nehmen, weil meine Kappe ist komplett hinüber. Oh, ich kann den nicht mehr richtig lenken und ich hab die ganze Zeit ein Netzwerk-Bugs. Komm, das kannst du doch vergessen, Leute. Der ist im Untergrund und wird verfolgt. Ich bin im Untergrund. Ich bin im Untergrund. Da kommt noch einer dazu. Da kommen noch zwei dazu. Ich fahr weiter Richtung. Ich fahr weiter Richtung. Ich fahr weiter Richtung. Ich fahr weiter irgendwo durch die Stadt gerade. Ich bin grad ziemlich... Ach ja, hier ist nördlich der Tunnel. Ich bieg vom nördlichsten Tunnel nach... Also, Lukas sind drei gerade. ...nach rechts ab. Ja, ich fahr, äh, S-Kurve. Jo. Jo. Nein! Ich fahr heute. Er schreit. Ich hab noch zwei entgegen. Nördlich, ja. Ich hab dir einen abgenommen. Das ich wollte. Fuck. Das hat schon abgegangen. Das gibt's doch nicht, ey. Ich hab nur ein Netzwerk. Ich werd bloß hin- und hergeschoben. Ich kann mich nicht auf der Straße halten. Egal ob das Auto ganz ist oder nicht. Ich dachte, du hast nur einen an dir dran. Das ist nice. Ja, super. Auch mein Auto ist komplett hinüber. Ich bin jetzt nördlich der Boden. Was wirst du denn? Ja, irgendwo mitten in der Stadt. Ich hab 61 Motor. Ich fahr grad durch das östliche S, oder wie das heißt. Ich bin jetzt Sperrstraße Richtung Süden. Kannst du die nördliche Straße? Ich hab ne Camaro hinten dran. Ich fahr nirgendswohin. Und jetzt haben sie mich... Hatte mich die Camaro dann gleich alleine. Ja, ich kann nicht mehr weg. Super. Das ist wieder ein Netzwerk-Scheiß. Komm. Also, das ist doch sinnlos. Das ist ein Quatsch. Nummer vier, oder? Ja. Dreimal für mich wegen einem Fehler. Super. Aber es könnte sein, dass ich die Cops jetzt gleich los werd. Ja, aber wo bist du? Park. Bin über die H-Nadel in den Park. Ich fahr jetzt vom Park aus zum U, aber ich glaub die sind falsch abgebogen. Auch. Also, ich hab's ja hinter mir gesehen. Was? Park? Ich erstmal nicht. Dann hat mich die Karre jetzt alleine festgenommen und das war jetzt wieder alles Netzwerk. Ich kann nichts machen. Wieder gelaufen. Ich bin jetzt südlichste, aber ich müsste sie los sein. Ich bin südlichster Tunnel gerade Richtung... Richtung Osten. Äh, Richtung Westen. Ich würd's nur sagen. Ich geh mal Richtung H-Nadel. Ja. Ich hab' ne Palette befragt. Oh, ich hätt' nie neu starten sollen. Jetzt krieg' ich Lecks. Ja, mir sind ein paar Leidstern. Wo? Bahnhof. Ah, okay. Anderes Ende. Hi, grüß. Da kommt einer. Ja, weiß ich auch, aber der ist schön an dir dran. Ich bin jetzt gleich nördlichster Punkt. Ja, hast du einen Kopf dran? Nee, ich sag's jetzt bloß. Ich weiß nicht, dass wir uns nicht abräumen im Tunnel oder so. Winz. Ja, die haben mich halt an. Ey, das ist gegen Wanddrücken. Ja, wo? Ja, toll, es geht, dass ich... Haben sie jetzt fünfmal? Falscher Chat. Ja, ich weiß, aber es geht grad nicht mal, dass ich im Event zählte, deswegen. Ja, das ist doch gleich unbekannt, bevor ich zu weit auf einmal schnur. Ah, Chris, noch mal, wo? Bitte. Ey, der Winz wurde grad festgenommen, nicht ich. Ich bin dir grad entgegengekommen. Ey, ja. Das ist ja die Cobb-Taktik, das ist es ja. Genau, das machen wir halt so. Machen wir dann auch gleich als Cops, um es auf den Punkt zu bringen. Gleich will. Wow, ich hab mal jemanden hinter mir Parallele. Ach, das gibt's nicht. Der nördlichsten. Der ist grad in Camero lang, aber ich glaub, der hat mich grad nicht gesehen, weil sie wir haben oder sonst reingeknallt. Doch, der ist hinter dir. Ah ja, okay. Aber ich glaub, der könnte wenden und hinter mir her. Ich werd jetzt grad mal ein paar Haken schlagen. Also hinter mir sind ich mir. Hinter mir sind langsam alle her. Oh ja. Oh, die Kamera gut abgehängt. Er hat mich in die Wand gedrückt, ich hab einen Rückgratzgang rein, der hat umgedreht. Ich war einfach in den Vorwärtsgang rein. Ja, so ähnlich, hab ich sie heute auch. Ja, warum nicht? Wir haben Auto im Wegen, das ist die Kamera weg. Hat noch jemand jetzt grad eine Verfolgung? Ja. So, dass ich einer, äh, wo? Wo, wo? Um, unter, Untergrund. Ah, okay. So, jetzt Bahnhof. Richtung Süden und probier jetzt in den Außengebieten zu bleiben. Wollen wir uns im U mal treffen, aber jeder auf seiner Fahrbahn. Fangen wir mal an. Also, ne, U bin ich grad auch noch. Ja. Ja, U bin ich gleich, ich bin gleich südlichster Punkt. Ah, hallo. Ja, dreieinhalb Minuten sind's noch. Ich hab's mal gemacht wie eine Echse, die bei Gefahr ihren Schwanz abwirft. Ich hab meinen Hexball da abgeworfen. Ich hab grad ein, war jetzt ins U rein, aber von unten nach oben. Also von, ja, ich fahr von oben nach unten. Oh, dreieinhalb Minuten. Moin. Hi, grüß. Alter. Haben sie dich, oder? Genau, und ich fahr im Park. Dann sollte ich vielleicht mal wenden und nicht richtig wohnen. Ich wende auch und fahr wieder zurück. Also ich, keine Ahnung. Ich versteh nicht, wie man Allrad fahren soll. Also ich, wie man Hackertrip fahren soll. Weil man halt einfach einmal in der Wand ist und man kommt nicht weg. Das ist dann echt scheiße. Da kommst du auch mal der Allrad nicht weg. Also dem gibt's keine Allrad-Haus. Also 2,20 to go. Nein. Ja, fahrt schon wieder der Verfolgung gerecht. Die reisen immer zum Spawn. Ja, wo reparierst du dich denn auf so einer anderen Spawn? Du kannst ja irgendeine Straße raussuchen, du. Genau, moin. Hallo. Was haben sie, fünf, ne? Sechs müssten sie mehr haben. Sechs, glaub ich. Ja, vor dir ist Chris. Was ist das Info? Mit Verfolgung? Ne, ohne. Ach, naja, dann ist mir egal. Ein X5 hat noch eine Verfolgung. Wo? Ein paar da gerade im Untergrund. Der von ihrem Osten. Nicht die ganz im Osten, sondern die zwei. Das lässt sie beim Theater raus. Und ich mach einfach mal enge Kurven. Weil wenn ich schon den Ballrad hab, dann nutze ich den jetzt auch. Zeit für Ende. Ja, natürlich. 50% Reifen. Ja, dann haben sie noch. 50% Reifen. 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 Ja. An nix versprechen ich kann, wir fahren. Ja. Wie lange haben wir noch? Ja, jetzt 1,15. Mich würd's auch nicht bedroh, wenn sie 1,2 Leute nochmal absenden, um nochmal jemanden zu finden. Oder jetzt dann halt auch bald nochmal reparieren. Also jetzt sind gleich letzte Mute vom Dardia. Ich denke, ich hab sie los. Mögelig, dass ich sie los hab. Wo warst du jetzt als letztes? Ja, war im Untergrund. Osten, Westen? Mitte. Ja, Westen. Ab in Königsegg. Aber wen ob er ausgetauschen möchte. Die nördliche. Boah, ich dachte, die Meryl dran ist. Wo? Parallel in die nördlichste Richtung Westen. Ja, so 20 Sekunden. Boah, jetzt hab ich hier so einen, der mich die ganze Zeit einlädt. Seh. Vielleicht ist der Punkt nach dem Impala auch noch dran. 5, 4, 3, 2, 1, was? Was? Na ja, alle anderen weg. Ich hab keine. Ah, ich hab auch nicht festgesetzt worden. Ja, ich hab auch keinen an mir dran. Der Einzige ist, ähm, Chris. Ja, dann alle guten Dinge sind für. Ah, komm schon. Vielleicht ist mein Auto da auch nicht bremst. Was? Also, Spielgebiet vielleicht noch raus oder ist es falsch synchronisiert? Ah. Na ja. Muss man jetzt rausfahren, oder? Ah, das gibt's doch nicht. Hm? Teleportieren. Okay. Oder? Ja, ja, passt. Was? Was hab ich da gemacht? Ja, halt irgendwo. Oder auch schon zum Ding hoch. Ah. Ja. Oida. Ah. 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 Ja, klar. Nö, kriegst du nicht, 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 kriegst du nicht. Okay. Ich... Ich... Ja, wie viele kommen denn da noch? Ah, ja. Ja, fünf halt, Vince. Wie viel sollen sie denn sonst sein? Ich weiß nicht. Sieht mehr als fünf aus irgendwie für mich. Das ist eine riesige Raupe. Die Raupe nimmer satt. Ja, aber echt. Ah, diese scheiß Netzwerkkacke. Ja, okay, jetzt haben sie mich. Gut, dann sind sieben, oder? Keine Ahnung, ich hab nicht mitgezählt. Mich haben sie jedenfalls viermal. Nein. Ich hab sie zweimal, oder so. Einmal. Ja, dann sind wir bei sieben. Nein. Ja, und da fahren sie los. Zuerst ein Mustang, ein Ford GT, ein Lexus, ein Dodge Magnum und ein Lotus. Wir haben schon geschaut, wer da in den jeweiligen Autos drinnen sitzt und werden da eben auch versuchen, möglichst viele jetzt zu schnappen. Sieben wurden bei uns festgesetzt. Wir wollen natürlich mehr machen. Taktik ist schon besprochen. Äh, immer ein Impala und ein Chevy fahren zusammen rum. Genau. Ja, auf geht's. So. Irgendwann, wenn's losgeht. 30 Sekunden haben wir noch. Wollte auch vielleicht die Gartenmarkierung nach außen. Ganz schlau. Wäre von Vorteil. Sinnvoll. Wieso. Also wir fahren von links nach rechts zurück, oder wie? Äh, von außen nach innen. Ja, so finden sich die Teams dann automatisch. So, haben wir noch 10 Sekunden auf der Uhr zu warten. Genau. Ja, dann viel Erfolg, meine Jungs. 4, 3, 2, 1, go. Hallo. Alter, stell mir das auf. Ne, jetzt ist die doch. Sag grad schon. Vince, ich bin der hinter dir. Ah ne, äh, Vince. Mhm? Äh, fährst du, du fährst, treffen wir uns am nördlichsten Punkt, würd ich sagen. Ja, ja. Wir machen jetzt kurz noch ne taktische Zangenbewegung. Ui, der untersteigt ja viel mehr als... Ui, ui, ui. Den Handling verwöhnt. Vorsicht bei dem Impala, der hat echt nicht so gute Bremsen. Gut, Vince, ich steh am nördlichsten Punkt. Ich würd jetzt mal rechts abliegen. Okay. Oh! Was machst du denn da? Ja, Moin! Ist das nicht dein Gebiet? Du warst schon was Westen und Osten, oder? Nein, ich bin ja grad auf dem Weg gehen. Ja, hä? Westen ist links, wenn Norden oben ist. Also, ich schleiche mich damit. Ich bin jetzt im Untergrund angekommen, aber mitten in der Stadt im Untergrund. Ah, ich bin im Bahnhof. Okay, dann komm ich da hin. Äh, hab den Lotus. Wo? Äh, Richtung Stadion. Äh, ist das Stadion. Richtung eher südliche Straße nach unterwärts. Fährt aber nicht südlich, sondern fährt ganz, oder fährt raus aus der Stadt. Äh, ist das östlich vom... äh... Doch östlich vom Stadion. Fährt da jetzt hoch. Ich würde es auch von hinten anschieben, wenn ich Sinn bekomme. Fährt nicht Richtung Norden. Äh, fährt Richtung Teufelsdreikreuz da. Äh... Ja, okay. Da bin ich... Vollvertrag, scheiße. Fährt Richtung... Untergrund erstmal fährt. Aber nicht Untergrund fährt. Äh, ja. Die Hauptstraße fährt Richtung Theater. Ja, ich bin mit dem Impaler direkt hinter dir. Also, wenn du kannst, kannst du ein bisschen Attacke geben. Theater. Jetzt... Startungplatz. Äh, darf vorbei. Äh, gleich Eskalation, kann man sagen. Ja, dann... Fährt Eskalation. Fährt Eskalation Richtung Norden. Äh, Richtung Öffentlichkeit. Dann stehen. Jetzt... Kreuzersperrstraße. Weiter Richtung Bahnhof. Könnt ihr ihn etwas ausbremsen? Versuch's jetzt. Du müsstest mir sagen, ob es Richtung Harnadel fährt oder... Nein, der ist ein örtlicher Tunnel. 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 Ist jetzt eine Kreuzung für die Hauptstraße Richtung Rosten. Oh, Scheiße. Du willst eck. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, was hat denn das Ding für bremsen, yo? Ich steh mitten auf dem Parkplatz hier. Äh, mitten auf dem Treppenplatz. Ja, Abplatz. Ist abgebogen, ist abgebogen. Von wohin? Äh, das ist Eskalation, glaub ich, ne? Richtung Rosten, aber halt keiner mehr dran. Ja. Ja, okay. Ja, ich fall vielleicht wieder in den Untergrund rein. Hab ihn wieder, kam aus dem Untergrund raus, da jetzt Start und Platz. Was? Start und Platz. Ich hab den Lexus. Notos. Ja, ich hab den Lexus. Ich hab einen Platz dran. Okay, Lexus. Kann ich aufbringen. Ein Parler-Locker-Kupps dran. Jo. Lexus, wo? Nördlichste Straße. Richtung Osten. Auf welche Höhe? In der Mitte. Wir sind jetzt schon bei der Kreuzung gleich in der Mitte. Ich weiß nicht, ob er dann weiterfährt oder auch runter? Ja, wir sind in der ersten Kreuzung gleich. Aber er wird weiterfahren. Also nördlichste insgesamt. Ja, nördlichste. Äh, Parler, bitte. Wir sind jetzt am Ende. Komm jetzt. Ja. Oh. Wer ist in den Norden? Äh, Osten. Alter, was ist denn da los? Komm nicht. Nein. Oh, ich bleib an irgendeiner Kante hängen. Ich bin auf der Nördlichsten. Wo seid ihr denn? Äh, jetzt gleich da in einem Eck. Ich hoffe nicht. Wir haben Lust, das verloren, weil ich in irgendeiner gestepperten Kante hängen geblieben bin. Seht euch immer noch nicht. Doch, ja. Der Nördlichste direkt am Osten. Ach, komm wieder. Wenns, Ansagen machen? Links. Links. Wie, links, links. Ich kann es sich genauer ansagen gerade. Fert jetzt gerade die äußerste Straße, äh, die äußerste erlaubte Richtung Stadion. Ich brauche ein Paradeels Stadion dazu. Kommt aber auch dann bei den beiden Straßen. Dann seid ihr nicht nördlichste gefahren, sondern Hauptstraße. Wir sind links abgebogen. Ja, fert südlichste. Ich geh ins südlichste. Lässt mal nicht ganz weit weg, wie viel Schaden habe ich. Oh, ich port mich, äh, rüber zum Dings. Pflanzen auspansen, oder? Port mich zur Stadion. Wir fahren jetzt komplett weiter. Ich kann den gerade noch nicht auspässt, ich bin nicht dran. Ich port mich zum Brunnen und komme entgegen. Auf welche Höhe seid ihr? Äh, Blitzerzone gerade. Haben die Kirche passiert. Es ist Momenten und eher Momenten da. Sind jetzt am Ende der Blitzerzone. Fährst du weiter Richtung U? Nein, nein, nein. Wir kommen auf die Kreuzung, ey, wir sind jetzt langsam. Wir sind jetzt an der Kreuzung am Ende. Sind, äh, fahren Richtung U. Obligatorisches U. Okay, dann stoße ich zuerst. Ich komme entgegen, Lob, dass wir es wegleiten. Wer ist, wer ist nicht? Obligatorisches U immer noch? Jo, bin dran. Ja, nicht unmöglich anschieben. Höchstens, äh, gleich rechts ins Haus. Ja, jetzt fahren lassen. Wir sind ausflugszeit. Entweder rechts ins Haus, oder... Ja, leider nicht nah genug dran. Ja, leider nicht nah genug dran. Da unten. Hier sehe ich, komm. Bis jetzt aus dem U raus, fährt die H-Nadel, also geht Richtung Bahnhofstraße. Sorry. Alter! Ja, ich warte zu schnell. Ich warte zu heute auf die Richtung. Komm. Äh, ja, fährt Bahnhofstraße. Oh, läuft jetzt schon ein richtiges Spiel. Weiter auf der Bahnhofstraße. Müsste dann bei der Hauptstraße rauskommen, wenn er nicht vorher abbiegt. Und biegt vorher ab. Das kommt also bei... Das ist Eskalation, ne? Ja. Okay, Eskalation Richtung Osten. Sieht auch durch... Äh, ne, biegt Sperrstraße Richtung Süden ab. Biegt dann ab auf... Welche Straße ist denn das? Äh, südlicher Tunnel. Richtung Osten. Können die irgendwie noch ausbremsen? Ne, sind zu weit weg gerade. Fährt auch südlicher Tunnel. Ich wohne rechts. Was fährt Tunnel? Mach Platz. Lexus. Weiter südlicher Tunnel. Kommt aus dem Tunnel jetzt raus. Ja, natürlich. Kommt jetzt bald Richtung Stadion. Also ist die Straße weitergefahren. Oh ja. Oh ja. Ach ja. Fährt aber Stadion vorbei. Kommt gleich an der östlichsten... Straße raus. Fährt die Richtung Norden hoch. Oh, was mach ich denn auf eine Scheiße? Ne, das ist nicht Hauptstraße. Ne. Äh. Kommt gleich zum östlichen S. Fährt auch das östliche S. Oh, jetzt werde ich sonst noch zu dem Scheiß Kopf an Kopf herrennen, herausgefordert von dem Königseck. Sieht durch auf die nördliche Straße. Jetzt Richtung Westen. Ich hab den... Lotus. Ja. Den hab ich gerade hinten drauf gegeben. Weiter nördliche Straße Richtung Westen. Wins ignorieren. Ne, das ist auch so. Wo, Lukas? Nördliche Straße Richtung Westen. Gleich am nördlichsten Punkt. Und dann? Schiegt ab Richtung nördlicher Tunnel. Und Bahnhofstraße von da aus. Boah, ich bin immer gerade diese 200 Meter zu spät dran. Ja, das ist einfach die Kaffeepause. Ja, das ist einfach die Kaffeepause. Weiter Bahnhofstraße. Kommt gleich... Kommt... Muss unten Richtung U-Wars kommen. Ja, nice. Das bin ich immer unten. Äh, ja. Also 15 Sekunden ist Kaffeepause. Dann wird er sich wahrscheinlich alles reparieren. Wird er jetzt wahrscheinlich auch recht machen wollen. Direkt am Süden. Ne, ist er doch zu früttern. Ist jetzt bei der Haarnadel zum U. Fährt auch das U. Also U bergauf. Der Camaro da vorne. Lass ihn mal durch bis zu den Häusern und dann in die Häuser. Ja, das ist... Ich komm vom Park ins U rein. War der da schon vorbei? Ja, der ist gerade im U mittendrin. Sorry. Oh! Es war klar. Äh, fährt... Richtung Park runter. Ja. Als ob der weiter gefahren ist und der sich gejuckt hat. Ja, du schiebst ihn ja bloß ein bisschen ins Grün rein da. Ja. Hätte ihn doch ausweichen zu sollen. Park Richtung... Gibt ihm eine hinten drauf. Wenn es ist... Der Steffentinstraße. Wiegt aber nicht ab. Er hat... Ja, rüber in die Wand, rüber in die Wand. Ne, bringt nix. Das mach eh. Äh, wir sind jetzt Eskalation Richtung Osten. Wenn er abbiegen will, hinten draufknallen. Ne! Sind... Wie... Äh, sind Sperrstraße Richtung Norden, nördlich der Punkt. Fährt gleich wieder nördlichste Straße jetzt jetzt. Ja, ist nördlichste Straße. Ey, wir kriegen den halt irgendwie gar nicht, oder? Wir fahren nördlichste Straße. Ja, Vince, konzentriert ihn. Wir fahren nördlichste Straße weiter. Du hast das schnellste Auto gerade, also probier vorzukommen. Bin dran. Fahr mal parallel nördlichste. Geht die nördlichste durch. Bin jetzt seit dem Osten von der nördlichsten. Die, äh... Hauptstraße weiter Richtung Osten. Jetzt mal langsam ein paar Treffer landen. So. In die Wand rein, in die Wand rein, in die Wand rein. Ja, 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 ran. Langsam, ran. Langsam, 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 langsam. 21, 23, 23, 24, 25, den haben wir. So, jetzt nördlichster Punkt direkt. Magnummer repariert sich grad. Okay, dann geht das los. Fährt nördlichsten Brunnen Richtung Süden. Ja, dann komm ich vom Brunnen entgegen. Fährt da weiter durch, fährt Richtung Park runter. Dreht jetzt aber nicht um. Also, bitte jetzt mich nicht erwischen, da ist gleich in den Krieg da drin. Sehr schön. Wo seid ihr? Na, na, vom Brunnen fährt jetzt aber wieder Richtung Norden hoch. Vom Brunnen kommend aus. Der hat weh getan. Fährt noch nördlichst der Tunnel. Ne, fliegt ab Hauptstraße. Durch den Osten. Mach ja. Verbrechen. Jawoll. Zustell. Jetzt kommt er nicht mehr raus. Da kommt er nicht mehr raus. Da gibt's so viele Ein- und Ausgänge. Ja, komm. Ja. Kann mich gleich reparieren, meine Kaffee ist im Arsch. Ich geh wieder zum Brunnen. Das auch. Nr. 2. Ja, verdammt. Mich auch. So, ist hier ein Stück weit verteilt. Wer ist jetzt wohin? Ich bin zum Brunnen gefahren und bin jetzt gerade, also ich habe mich am Brunnen repariert und fahre jetzt gerade wieder in die Startruhe hin. Dann komm ich zu dir, Chris. Ach so, ja, okay, dann fahren wir zusammen. Wo ist denn der Startruhe? Ich fahre einfach mal die südlichst da. Na gut, Glück. So, noch eine Minute 15 ist Kaffeepause für dir. Da ist auch der Lexus auf der südlichsten, gerade Richtung Radeon. Dann Radeon. Ja, ich muss umdrehen. Okay. Südlichste Richtung, da müssen wir Haarnadel hoch. Das ist die östlichste dann weitergefahren, also ganz im Osten weitergefahren. Siehst du noch, oder? Nee, ich bin auf gut Glück, weil ich Gas gegeben ist. Muss er irgendwo in der östlichsten sein. Ja. Frontaltreffer. Ähm, fährt, ja. Boah, auf gut Glück, was für eine Prediction. Jawoll. Jetzt langsam, bitte langsam. Wo oben seid ihr? Äh, nee, Stadion. Nicht die umdrehenste. Diese Zwischenverbindung, die es da gibt. Sag jetzt mal. Einfach da, ich fang eventuell ins blaue Haus rein. Okay, ja. Fährt hin am Stadion lang. Scheiße, da ist noch der Ander. Okay, hinter dem Stadion. Boah, was ist das für eine Kante, aber ich... Ja, er bringt fest. Ich bin jetzt noch 50 Sekunden vor Ende, so eine Scheiße. Ja, einer bitte draußen bleiben und dann... Mach's. Weitere Ansagen, wo ihr seid? Äh, jetzt ganz im Osten hat es ja katabriert. Fährt jetzt los Richtung Südliste runterwärts, ja. Ja, von der südlichsten kommen zwei Impalas entgegen. Stadion kommen die auch entgegen, aber... Äh, fährt Südliste. Ich hab eine mitgegeben. Ich auch. Und rechts rein? Ja, jetzt langsam, langsam hinten. Jawoll. Hinten ran, hinten ran. 21, 22, 23, 24, 25, also... Jawoll. Okay, ich bin noch ganz nicht verglücklich, warte. Der hat sie noch nicht ergeben, der hat sie noch nicht ergeben. Ah, jetzt satt. Wird so scheiße sein. Soll es mal drei, vier? Äh, drei. Drei. Äh, ich geh Brunnen. Ich reparier mich gar nicht, ich bin noch ganz. Ich darf sich ja trotzdem reparieren. Ja, brauch ich auch nicht. Kommt noch einer zum Brunnen? Okay, da ist noch einer. Wer war denn jetzt am Brunnen gerade? Ich. Dann, Vince, komm mit. Wir fahren zusammen. Ja, ich fahr grad hoch zum Tunnel. Ich fahr ja in die Ecke nur. Wir sollen im Zweierteam fahren. Ja, ja, vor dem Tunnel rechts. Plutus. Plutus. Er hat den Lexus. Er hat den Lexus. Er legst Lukas. Wo war der? Lass Pluto reden, wenn er einen Lexus hat. Ja, jetzt redet ihr. Ich fahr ganz dran erstmal. Ich weiß nicht. Okay. Ja, sonst fahr ich nördlichst Richtung Westen, wenn ihr nix habt. Ja, bleibt mal dran. Ich hab den gerade nicht mehr gesehen. Okay, also. Ja, dann flutusack ansagen. Flutusack ansagen. Flutusack ansagen. Nördlichst Richtung Westen, gleich nördlichster Punkt. Ich bin am Magnum dran, ich bleib einfach mal dran. Jetzt nördlichster Punkt. Ja, jetzt machen wir den Lexus nochmal. Fährt, Fährstraße Richtung Süden. Lukas, bis dahin hin? Äh, U. Ja, ich, ich. Ist egal, wir gehen jetzt auf den Lexus. Fährt weiter Richtung Süden, hat einen Versand mitgenommen. Ist dann gleich ganz im Süden. Fährt, Tarnaden. Ist dann gleich Park unten. Fährt dann direkt mal links. Also wird eher Richtung obligatorisches U. Von dann raus. Äh, ja, wird obligatorisches U rauskommen. Park Richtung U. Da hoch. Da ist der Lotus. Aber egal. Äh, ist jetzt außerhalb am U und fährt's U außen rum. Keine weiteren Verfolgung machen. Ich bin halt noch am Dodge dran. Also konzentriert ihr euch erstmal auf den Lexus. Ja. Wird jetzt dann, guckst du, im Westen rauskommen. Ja, ich bin gleich hinter dir oder Jungs. Es muss auch noch irgendwer mit rankommen hier. Ich bin dran. Ist jetzt da im Westen. Fährt in die Stadt rein. Also es ist dann gleich Brunenreparaturpunkt. Jetzt. Ist weiter unterwegs Richtung Norden. Richtung nördlichster Tunnel. Ich bin gleich dran. Ich bin gleich dran. Fährt nördlichster Tunnel. Die binden ihn weg. Kennt die. Ja, ist nördlichst Richtung Osten. Ich bin da und wo ist mich von gleich dran. Fährt parallel nördlichster. Hinter die ganzen Highspeed-Strecken gerade. Parallel nördlichste Richtung Osten. Ach, das ist schon die ganze Zeit. Ach, das ist schon die ganze Zeit. Wo dieser Tunnel verläuft. Gleich lang. Er ist im Tunnel. Hab den Dodge aufgegeben. Bin am Lexus. Dann nehm ich nen Lotus. Warte mal. Der Dodge ist doch hier. Ja. Äh. 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 Mach weiter. Äh. Ich bleib vielleicht Theater da. Ich krieg den anderen hin. Ich bleib jetzt hier mit Vince am Dodge dran. Weil der hat gerade von mir gefressen. Es wäre sinnlos jetzt den weiten Weg zu fahren. So, gleich noch 5 Minuten. Nein. Das klingt ja nicht so gut. Oder doch. Hinten hin. Okay. Nein, ich schieb mich. Naja. Ich hab ihn nicht geschoben. Der ist einfach daraus wirklich dran. Ja, der ist nicht dran. Also jetzt Dodge. Äh. Hauptschluss. Der hat Staatsrichtung. Äh. Westen. Der hat aber Statuen. Ding. Also Statue ist Eskalation. Ich bin rein. Eskalation durch den Westen, wenn du so willst. Ich bin rein. Eskalation durch den Westen, ja. Alter, das kannst du mir nicht erzählen, dass der noch so einen Hit, als er noch Power hat. Weiteren Eskalation durch den Westen fällt jetzt nicht im Bahnhof übrig. Jetzt Richtung nördlicher Tunnel aus ganzem Westen Richtung Norden. Ja, Impala einfach jetzt nicht von hinten an schieben. Seitlich in gedrückt. Seitdem lang. So. Äh. Hauptschluss Richtung. Kommst du ran? Nein. Nein. Ja. Ja, das ist halt. Jetzt wird läuft wieder, oder? Aber absolut. Ja, ich seh's. Ja, ich seh's. Ja, ich suche mal eine Reifen halt am Arsch. Wo seid ihr? Äh. Hinten ran, hinten ran. Hinten ran. Hinten ran. Ja, hier vorne sind wir noch Leute. Hauptstraße, Universitat jetzt grad. Ich bin die ganze Zeit am Nexus dran. Also auch alleine. Also es müssten noch irgendwo Leute sein. Ich dachte nicht, ja. Geht zu den anderen, Vince. Ey, Leute. Wie ist es denn? Ich war doch die ganze Zeit an dem anderen dran. Hier links sind die Universitater, sind deutlich besserer Kanten. Vorne ran. Was? Das gibt's halt nicht. In die Universitat. Jetzt. Äh. Bei. Ja, der kann Reifen mehr. Wo? Darf ich ihn links? Ja. Hinten ran. Hinten ran. 22, 23, 24. Äh. Wo? Parallel. Nötigste immer noch. Bei Universitat. In die Wand. Aber ich brauche Hilfe für die Wand. Komm. Hinten jetzt. Vorne, 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 vorne. Sonst kommt der vor... Der kommt raus. Bei mir ist der große, die steht halt. Wenn wir sagen vorne, dann vorne. Ja. Ich habe keinen Reifen mehr. Ja. Hab die zum Reifen hinten. Hinten jetzt da vorne an die Wand. Ne, mach ich nicht. Jetzt einer davor. Vielleicht noch von euch und dran. Geht's jetzt davor. Fertig. 21, 22, 23, 23. Ja. Ich muss mir kein Brunnen reparieren schon, oder? Äh. Ja, zum Brunnen. Oder beim Brunnen ist jetzt gerade auch der, äh. Der Lexus fährt von da aus zum Bahnhof. Ja, ich habe mich am Brunnen repariert. Also ganz außen. Also ganz außen. Äh. Bahnhofstraße Richtung Nordenhof. Kann nicht mehr lange dranbleiben. Meine Reifen sind gleich im Arsch. Okay, ich komme ganz im Nord, ganz oben fährt er, ne? Ja, Bahnhofstraße Richtung Norden. Kannst du sagen, ob er abliegt, oder? Äh, die liegt nicht ab. Der hat nochmal einen Hitsch. Sehr schön. Also weiter Richtung Nördlicher Tunnel, die Bahnhofstraße. Sind jetzt gleich auch Kreuzung Nördlicher Tunnel. Komm, der ist halt sowas. Jetzt Kreuzung Nördlicher Tunnel. Fährt aber Hauptstraße Richtung Osten. Ja, weil da fährt es einfach da aus. Das ist zum Magnum nochmal, aber. Jetzt beim Treppenplatz. Hauptstraße Richtung Treppenplatz. Und setz dich gegen eine Forza-Kante. Beim Treppenplatz. Na Jungs, hol den, hol den, hol den. 22, 23. Hier öffne ich mal. Immer noch am Treppenplatz Hauptstraße. Ja, ihr helft doch mit, was stehst du mit? Ja. 22, 23, 24, 24, 25, also eigentlich. Ja, dann hoch. Kaum bewegen, 25 Sekunden. Wie lang noch? Ja, 25 Stunden. Ja, der ist sowas von draußen. Kaum bewegen. Ja, der ist jetzt. Ja, danke. Ja. Wo, 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 wo. Wo, wo, wo. Nord, 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 Nord. Siehst du noch? Ja, ich bin dran. Der will eine Verfolgung. Das ist an wie keiner. Ja. Äh, Nord Richtung Ost. Kann ich mich noch porten? Äh, 4 Sekunden. Mach einfach. Jetzt schnell. Jetzt nicht mehr. Also, jetzt nicht mehr. Ja, ich hab mich hier noch schnell geportet. Nördlichste, parallel nördlichste Richtung Osten. Immer noch Richtung Osten. Demst an. Fährt jetzt Richtung Süden. Fährt Hauptstraße. Sorry. Ich bleib stehen. Ich bleib stehen. Die neue Statue. Ist jetzt, äh, Statue vorbei. Fährt, äh, Eskalation Richtung Westen. Immer noch. Eskalation Richtung Westen. Gleich über Sperrstraße. Bremst dort an. Und fährt Richtung Norden. Sperrstraße Richtung Norden. Fährt Hauptstraße Richtung Osten. Immer noch Hauptstraße, Hauptstraße, Hauptstraße. Nein, das bin ich im Untergrund. Weit Hauptstraße Richtung Osten. Gleich über die Universität. Geht am Haus. Fährt die Winkelgasse. Einer hinterher, bitte fahr. Ja, ich fahr hinterher. Alle anderen. Außenrum. Fährt die Winkelgasse auch weiter. Fährt, äh, die Norden. Palätsnördlichste Richtung Osten. Einer da bitte hinterher, Hauptstraße. Einer da bitte vor. No way. Ja, bin ich schon dritte. Fährt auch die Hauptstraße. Da darf er euch nicht ansauen machen. Ja, ist weiter, ist weiter Osten rüber. Da ist jetzt diese, diese S lange. Da ist wieder Osten. Also weiter Osten. Links, 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 links. Ich versuche ihn rechts rum abzuhalten. Welche Straße? Das S oder die Außenbereiche? Ja, Außen, Außen, Außen. Weitere Ansagen. Ja, ich sehe es. Ja. Ja, okay. Da sind nicht lange gekommen. Gut, dann haben wir noch eine Verfolgung. Hast du noch, oder? Nee. Okay. Okay, dann fahren sie fünf. Ja. Immerhin. Naja. Kann nicht immer. Was ist das Scheiße? Also wir haben... Weißt du... Ja, Vince, du musst dir aber dann mal angewöhnen, also wenn jetzt einer sagt Essen und du sagst außenrum, dann fahre ich natürlich außenrum, da kommen mir zwei Camaros entgegen, aber ohne Mustang. Also macht das ja keinen Sinn, dann außenrum zu fahren, verstehst du? Ja, das können wir ja gleich auch noch nach der Aufnahme besprechen. Auch ist ja auch wurscht. Ja, aber mal. Wir haben uns immerhin besser geschlagen als die Go. Jo. Zum Glück. Auch mit dieser frohen Nachricht sag ich dann auch für die Aufnahme Tschüss. Schön an alle, die reingeschaltet haben. In der Beschreibung sind sicher auch die anderen Sichten wieder verlinkt. Und dann danke an Steam, dass sich jetzt das hier doch in Ordnung angestellt hat. Und schönes Wochenende. Ciao, ciao. Schönes Wochenende. Ciao.